Kurs A1 Kapitel 2 Pronomen Leute, ihr hört es schon an meiner heiseren Stimme. Es geht mir im Moment nicht so gut. Es geht mir schlecht. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin krank. Ich habe nicht nur eine leichte Erkältung, sondern eine mittelschwere Grippe mit allem, was eine Grippe ausmacht. Ich messe meine Temperatur. Das Fiebertherometer zeigt eine Temperatur von 39 Grad. Ich habe also Fieber. Ich fühle mich auch wirklich sehr schwach. Es zwingt mich einfach ins Bett. Ich muss im Bett bleiben. Ich habe Kopfschmerzen. Eigentlich tut mir alles weh. Ich habe Gliederschmerzen. Ich habe starken Hustenreiz. Und ich habe Atembeschwerden. Beim Schlucken tut mir der Hals. Beim Husten der ganze Brustkorb. Ich muss ein paar Tage im Bett bleiben, denn nur absolute Bettruhe und Schlaf helfen jetzt. Sollte das Fieber doch höher steigen, dann muss ich den Arzt rufen. Also, ich habe ihn jetzt.